Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr fragt euch bestimmt, warum die Melli hier steht mit mir. Nein, dies wird kein FMA, sondern ein Geburtstagsvideo sozusagen. Denn da ist die Nele und die Karolina. Ja, Nele hat die Augen verdeckt und die Ohren, damit sie noch nichts hört und auch noch nichts sieht. Denn die Nele hat heute Geburtstag und wird zwölf Jahre alt. Ich meine elf Jahre alt, Entschuldigung. Also, ja, sie hat sich ein Pferd gewünscht und sie bekommt die Melli, weil Melli hatte so eigentlich noch keinen richtigen Besitzer. Also es war eigentlich zwischen mir und Karolina, aber dann dachten wir, Nele wünscht sich eins. Und dann dachte wir, ja, sie hat ja bald Geburtstag und dann können wir der Nele mal diesen Wunsch erfüllen. Und ja, jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video und ich rufe sie jetzt mal. Karolina, kommst du? Ja, okay. Karolina, ja, ich komme mit ihr. Hast du irgendwas eben gehört? Nele? Okay, warte mal. Nele, ich habe dich was gefragt. Ja, was denn? Hast du was gehört eben? Nö. Okay, gut. Ja, jetzt höre ich aber was. Aber ich sehe nichts dafür. Ne, das sollst du ja auch nicht. Okay. Okay. Ist das ein Pferdchen? Ah, wie süß. Warte, ich mache dir jetzt mal hier das weg. Und? Ah, wie süß. Melli begrüßt mich auch. Nein, meine Kleine. Was denn? Sie ist dein Geburtstagsgeschenk. Was? Aber sie hat doch dir gehört, Karolina. Oder dir, Katrin. Nein, wir dachten, sie kann dir gehören. Sie ist mein Pferd also? Ja. Oh, wie cool. Danke. Tut mir leid, aber ich bin einfach nur sprachlos. Warte. Hier. Du kannst jetzt dein Pferdchen halten. Mein Pferd. Du bist mein Pferd, meine Kleine. Ich bin so glücklich. Ja, Leute, jetzt habt ihr Katten einen kleinen Ausschnitt dann gesehen. Auf jeden Fall ist sie überglücklich. Und ich dann auch. Und außerdem ist die Nele die Nichte von der Karolina. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es war klein, beziehungsweise jetzt nicht so lang. Und ja, bye. Willst du auch noch was sagen? Nee, ich bin immer noch so sprachlos. Bist du krank, Nele? Nee, geht schon. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich jemals zu meinem Geburtstag mal ein Pferdchen bekomme. Darf ich die Kamera? Ja. So, jetzt melde ich mich auch kurz mal. Die Katrin ist jetzt gerade da hingegangen. Da. Und ich will jetzt auch noch mal was sagen. Ich, ähm... Ja. Keine Ahnung. Ich bin einfach nur jetzt sprachlos und kann es auch nicht glauben. Und ja, heute ist ja mein elfter Geburtstag. Aber ich glaube, das hat die Katrin sogar schon gesagt. Und, äh... Ja, ich bringe die Merlin jetzt in ihre Box. Und dann kriegt sie erst mal schönes Futter. Und, ähm... Ja. Bye. Ich habe meine Stimme außerdem ein bisschen verändert, sozusagen. Weil, ja... Keine Ahnung. Das wäre irgendwie komisch gewesen, wenn Nele plötzlich so eine... Keine Ahnung, Stimme hätte wie sonst was. Und, äh... Ja. Ich habe die dann noch ein bisschen kindischer, sozusagen, gemacht. Aber Elfjährige nicht mehr so die kindeste Stimme haben. Äh... Manche halt aber nur noch. Und, äh... Ja. Bye, Leute. Ja, jetzt stellt es doch mal scharf. Und, äh... Und, äh...